Spiele ich euch ein ruhiges Lied vor. Ein sehr trauriges Lied. Ein gekovertes Lied. Der originale Tablet ist David Hasselhoff. Und das ist ein Simuett. Mit, ähm, kennt ihr Bernhard und Bianca im Känguruland? Ja! Hab ich schon gedacht. Ähm, und da hat ein Mädel den Soundtrack gemacht, nämlich Gwen. Susi! Susi? Ja, wo ist Susi? Bernhard und Bianca. Nein, Susi! Nein, das ist was anderes. Bei Bernhard und Bianca im Känguruland munzen die beiden Leute-Detektive. Ist egal, wie geht einfach! Ich spiele es euch vor, es ist traurig und es ist schwer zu singen. Und viel Spaß! Du schaffst das! Wuh! 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 Ein Jakobus! Das gleich mal, wenn man von Stärker sattortiert. Dankeschön! Ihr wollt nicht, dass ich spiele, oder? Ich weiß nicht. Das heißt wir zwei allein. Heute Nacht, bin ich aufgewacht. Und ich weiß, wie hat's da oben, hat an uns gedacht. Ich bin neu ganz still. Ich hab jetzt so gefühlt. Das ist ihr, was mir ganz ganz gesammelt passiert. Was? Baby, weißt du, wo ist mein Stern, wer ist dein Stern? So wie Mami, so unerreichbar Fern. Wir zwei allein heute Nacht, was glaubst du, was sie grad macht? Wie man da wohl wohnt, hinter gelben Mohnen. Wir zwei allein heute Nacht, ob ein Engel auch noch ungelacht gibt, wird um das Glas und macht Leben Spaß, was glaubst du? Ich war erst viel, dass sie da so schön ist, beschreib mir ganz genau, wie hat sie ausgesehen? Ob er ewig blüht, wird wieder alles wie du. Und ich schaff mir immer noch auf deine Beine zu. Wenn ich träume, kann ich dann bei ihr sein. Ich dachte immer, dass ich auch manchmal wein. Wir zwei allein heute Nacht, was glaubst du, was sie grad macht? Wie man da wohl wohnt, hinter gelben Mohnen. Wir zwei allein heute Nacht. Wie man da wohl wohnt, in der ersten Nacht. Insgesamt gar nicht bei mir, für ein morgensundeão. Welters bibel Mohnen. Wie man da, Jungsstu? Das ist ja, Jungsstu? Das ist ja, Jungsstu? The study is here, and I'll always be by your side.